Musik 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 Da war ein sehr schönes Bild, der große MAN-Bus von der 56, komm noch einmal rein. Die Kostesal, die Kostesal, ihr seht, müsst ihr auf der Flache, Alpene in O warten. Hier ist er der erste Bus, der gebaut wurde mit automatischen Falztüren auf der rechten Seite, so dass also der Fahrer per Knopfdruck die Fahrgäste an- und aussteigen lassen konnte. Und der Mann hier hat heute richtig hart gearbeitet, zwar ohne Servolenkung, mit manueller Kupplung und allem drum und dran. Separate Scheibenwischermotoren sehen Sie an der Frontscheibe für jede Seite einen eigenen. Hier hinten der typische Platz für Traglasten am Eck und die Sitze gegeneinander im hinteren Bereich. Ein wunderbar erhaltenes Exemplar mit manueller Handbremse, die wird jetzt gerade angeratscht. Also auch das, was ganz Besonderes der MAN-Bus gebaut hier in Hausstuhl. 1956 ist er entstanden als typischer Postliniebus.